Herzlich Willkommen, mein Name ist Pat Hock und heute verkoste ich einen 25 Jahre alten Whisky vom Leben. Der Lebensmittel-Discount der Lidl ist relativ breit aufgestellt im Bereich Whisky, vor allem unter eigener Marke. Single Malt Whiskys füllen sie als Ben Bracken ab. So einen habe ich hier auch neben mir stehen, einen Ben Bracken Single Malt Whisky. Und an der Stelle ist es vielleicht auch mal ganz nice to know, was diesen Begriff Single Malt Scotch Whisky ausmacht. Single weist darauf hin, dass der Whisky, den man da in der Flasche bzw. im Glas hat, aus einer einzigen Brennerei stammt. Also quasi kein Verschnitt der Whiskys verschiedener Brennereien, der reine Output einer einzigen Brennerei. Single. Das Wörtchen Malt weist auf das Getreide hin, das hier verarbeitet wurde und hier ist es tatsächlich Gerstenmalz und nichts anderes. Das Wörtchen Scotch weist darauf hin, dass der Kollege in Schottland destilliert, gereift und abgefüllt sein muss. Nur wenn diese drei Faktoren gegeben sind, darf sich das Ding Scotch nennen. Und Whisky sagt aus, dass das Ganze mindestens drei Jahre in Eichenholzfässern reifen muss, später mindestens 40 Volumenprozent der Alkohol in der Flasche hat. Also jede Menge Attribute, die an diesen Whisky gestellt werden. Wenn er das erfüllt, hat man einen Single Malt Scotch Whisky. In dem Fall hat es der Lidl hier mit seinem 25 Jahre Alten. Wow, lange Zeit, ein Vierteljahrhundert, sehr interessant. Speyside steht noch mit drauf. Speyside ist eine Region innerhalb der schottischen Highlands, relativ klein von der Fläche, aber auf dieser kleinen Fläche gibt es so unfassbar viele Brennereien. Dadurch ist es eine eigene Region und aus einer dieser Brennereien in dieser Region stammt dieser Ben Bracken. Man weiß nicht aus welcher, Ben Bracken heißt die Brennerei mit Sicherheit nicht, weil wie schon eingangs gesagt, das ist ein Markenname, die Brennerei wird nicht kommuniziert. Ich gehe mal davon aus, dass Lidl hier die Fässer in Schottland kauft, ohne dass die Brennerei genannt werden darf. Dafür sind sie im Einkaufen ein Tacken günstiger, sie geben es auch preislich positiv weiter, denn dieser 25 Jahre alte Whisky kostet 79,99 Euro. Das ist ein Kampfpreis. Ich habe ihn tatsächlich sogar im Angebot gekauft online für 71,99 Euro. Heftiger Preis, wenn man mal vergleicht, was es sonst so als Single Malt Scotch Whisky mit 25 Jahren in der Speyside gibt. So ein Glen Farkless, 25 Jahre, der kostet 120 Euro. Klar, da weiß man aus welcher Brennerei er ist, nämlich Glen Farkless, aber ganz ehrlich, für 40 Euro weniger Geld oder sogar noch mehr, wenn man ihn im Angebot schießt, da verzichte ich auch auf die Brennerei. 25 Jahre ist eine ordentliche Zeit und ich freue mich jetzt, den mal zu verkosten. 41,9 Volumenprozente hat er. Er ist mit Farbstoff gefärbt, dass er in der Flasche dunkler wirkt. Gott sei Dank ist dieser Farbstoff geschmacksneutral, macht einfach nur den Whisky dunkler. Er ist auch kühlfiltriert. Damit er klar bleibt im Glas, sollte man ihn auf Eis genießen. Wobei ich mich bei solchen High-End-Whiskys immer frage, wer trinkt das auf Eis? Denn durch die Kälte riecht man nichts mehr, man schmeckt nichts mehr und das viele Geld und 80 Euro sind immerhin viel Geld. Möchte man ja was riechen und möchte was schmecken. Aber jeder, wie er mag. Ich möchte niemandem Vorschriften machen, wie er sein Whisky zu trinken hat, aus welchem Glas, ob mit Eis oder ohne. Ich kann hier nur von mir sprechen. Ich trinke meinen Whisky in Zimmertemperatur aus einem passenden Glas. So, ich bin sehr gespannt. Ich habe schon ein bisschen was vom Lidl verkostet im Bereich Whisky. Sei es die Single Malt Whiskys unter Ben Bracken, aber auch die Blended Malt Whiskys und die klassischen Blends könnt ihr gerne mal in die passende Playlist reinschauen. So, den Whisky gibt es nur online. Im Laden selbst bei Lidl gibt es meistens nur die ohne Altersangabe, die günstigen. Die teureren, die muss man dann halt eben online kaufen. Wow, der hat eine richtig krasse Minze. Frisch, minzig, eukalyptisch. Hammer. Ganz aromatisch spielt die Eiche dem Ganzen so eine leichte Nussigkeit zu. Trockennussig, herbnussig, in die Richtung Walnuss geht das. Aber die Minze, die ist überragend und ich muss ganz ehrlich sagen, in so einer konzentrierten Form hatte ich noch nie einen Whisky. Ein Hauch von Fruchtigkeit liegt im Hintergrund. Reife Birne, auch ein bisschen die Schale davon, aber sehr saftig, fruchtig. Aber die Minze ist ja überragend. Und alles spielt so, spielt sich so die Karten zu. Es ist eine sehr runde, sehr harmonische Geschichte, aber die Minze, die ist hier schon dominant und die gibt den Ton an. Und das finde ich schön, dass hier was raussticht. Hammer. Also den habe ich schon vor 20 Minuten eingeschenkt. Da bin ich mal gespannt, weil ich lasse den Whisky immer eine gewisse Zeit atmen. Mal gucken, wie das sich hier ausgewirkt hat. Wird die Eiche stärker, Gewürze werden stärker, kriegt jetzt aber auch so eine leichte Honigsüße. Also es vermischt sich jetzt alles. Die Gewürze vom Holz, die Süße vom Holz, die Süße von der Frucht und diese Minze. Es ist ein ganz, ganz harmonisches, ausbalanciertes Gesamtbild. Toll. Gefällt mir. Also ich habe jetzt, ich meine, wenn man 80 Euro für einen 25 Jahre alten Whisky ausgibt, was unterm Strich schon mal 40 mehr ist als der nächste Bewerber auf dem Markt, da erfährt man seine Erwartungen auch ein bisschen runter. Ich will jetzt Lidl nicht zu nahe treten, aber allein die Tatsache, dass ein Discount der so einen alten Whisky in Umlauf bringt, da fährt man seine Erwartungshaltung auch ein bisschen runter. Dementsprechend hatte ich keine großartige. Dafür holt er mich jetzt aber völlig ab. Slange. Sehr süß. Speichelfluss, ass fuck. Saftige, tretschsüße, reife Birne. Angenehme Gewürze. Gleich ein bisschen Muskatnuss. Vanille. Kokosnuss vielleicht sogar ein bisschen, jo. Und diese Minze. Angenehme Eiche. Boah, der schmeckt überragend. Also hätte ich nicht gedacht, aber es ist so. Ich finde den mega. Mein Gott. Für das Geld vor allem. Jetzt riecht man diese Kokosnuss auch. Also der wird wahrscheinlich, je länger ich den im Glas habe, noch komplexer. Ich bin wirklich baff. Also ein wunderbares Gesamtbild. Da spielt sich alles die Karten so. Süße, Würze. Jetzt diese Kokosnuss. Diese reife Birne. Leicht nussige Eiche. Bisschen herb. Diese Minze. Also die ganzen Aromen, die ich nenne, das zeugt von einer gewissen Komplexität. Die hat er im Aroma und definitiv auch im Geschmack. Wahnsinn. Jetzt beim zweiten Mal probieren, merkt man direkt schon die Eiche. Oben am Zahnfleisch ist es ein bisschen trocken. Aber auf der Zunge ist es brachial süß. Wunderbare Karamellnote. Wunderbare Vanillenote. Leicht dieses Getreidige. Dieses etwas Herbe. Dieses Kernige. Toller Kontrast. Diese Birne, diese Reife. Definitiv. Und Richtung Abgang Kokosnuss. Leicht trockene, leicht herbe Eiche. Walnuss, wie schon im Aroma. Und eben diese Minze. Mega. Mega, mega, mega. Nom, nom, nom. Also wer sich damit zufriedenstellen kann, dass hier keine Brennerei genannt wird. Und wer sich selbst dazu überwinden kann, bei Lidl Online 80 Euro für ein Single Malt Whisky auszugeben. Den kann ich den auf jeden Fall empfehlen. Ich finde den grandios für die 80 Euro. Und ich bin ganz ehrlich, ich werde mir noch zwei, drei Fläschchen auf Halde packen für die Ewigkeit. Denn Single Malt Whisky aus Schottland mit einem Alter von 25 Jahren wird mit Sicherheit nicht günstiger. Und dafür, was der bietet, sind die 80 Euro fast geschenkt. Von daher, absolute Kaufempfehlung von mir. Schreibt mir gerne mal unten rein, was ihr von Whiskys vom Discounter haltet. Jetzt mal unabhängig vom Lidl. Aldi hat ja auch da ein bisschen was im Sortiment. Netto ebenfalls. Würde mich mal interessieren, was ihr da schon im Glas hattet. Und was ihr da vielleicht auch empfehlen könnt. Den kann ich euch auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.